Musik Unser Geheimnis ist eigentlich, dass wir eine gute Mischung zwischen Jung und Alt haben. Wir probieren natürlich die Junioren, was sehr wichtig ist bei uns im Volleyball. Weil es nicht so ein breiter Sport ist, dass wir die Junioren nachziehen können. Und trotzdem noch ein paar alte Hassen dabei haben, die den Jungen auch noch etwas zeigen können. Es gibt teils turbulente Spiele, wo wir auch untereinander wieder mal ein bisschen Mühe haben. Oder es gibt Spiele, wo wir super miteinander klarkommen. Das ist immer unterschiedlich. Also jetzt ist sicher mal das Ziel, dass wir in die erste Liga aufsteigen. Was wir ja vor drei Sessern auch schon geschafft haben. Leider sind wir dann gleich wieder runter, weil uns viele Leute versprungen sind. Und das Mal, denke ich, wird es besser klappen. Und das Mal, denke ich, wird es besser klappen.